Und da sind wir wieder. Wieder in Doubles. Diesmal türkis. Und wir gucken mal, wo das hinführt. Sollen wir die Taktik rüberbauen machen? Oder macht unser Kollege das schon? Nein, natürlich nicht. Wo gibt's denn hier was? Bauen wir mich direkt hier rüber. Ist ne Idee. Warum fallen die Menschen immer auch runter? Ich meine die auch ab und zu so. Ihr seht ja nicht runterfallen, aber trotzdem. Faszinierend. Und die wollen aber fastbootchen und schaffen es nicht. Ich geb dir die Muff nochmal sicher. Ist zwar langsam, aber sicher. Die fallen alle immer runter. Gibt's denn hier? Gibt's hier was? Ach du. Ach du Scheiße. Bin ich ein Duli? Komm, gib mir noch ein paar Gold für Dingens. Jetzt glaub ich mir nicht mein Gold. Ich will Eisenschwerter kauf. Du machst das schon. Das wäre natürlich nett. Nein, mach dann nicht. Komm, Gold. Gib mir Gold. Ein Gold. Bitte. Ja, Scheiße gelaufen würde ich mal sagen. Ja, Scheiße. Mein Kollege ist jetzt natürlich tot, ne? Scheiße. Das ist jetzt echt mies gelaufen, ne? Ich würde sagen, erstmal weg hier. Oder auch nicht. Doch, da kann ich lang. Da ist ein Weg. Scheiße, dass mein Maid jetzt tot ist, ne? Ja, ich hab ihn noch erwischt. Oh, das war richtig knapp sogar. Dude. Komm, komm. Schade. Wurde ich von hinten geklatscht. Ja, Gelb. Jag ihn. Komm, Gelb. Ne, Gelb. Jetzt würde ich nicht mehr gehen. Jetzt wird's natürlich riskant hier, weil die zu zweit sind und du bist alleine. Er hat ne Axt. Zwei gegen ein. Ja, klar. Der hat keine Chance. Der hat keine Chance. Und wir sind ausgelöscht worden. Ja, schade. Nun ja. Dann würde ich sagen, auf in die nächste Runde. Hey. Und willkommen zu einem neuen Part von Bedwars. Heute mit dem Acola78544853. Interessant. Der Name auf jeden Fall. Ganz viele Blöke. Und da ist Gelb. Gelb ist dumm. Okay. Dann brauche ich mich noch zu Gelb rüber, nicht. Und zerstören das Bett von Gelb, würde ich mal sagen. Oder was sagt ihr dazu? Schaffen wir das? Meint ihr das schaffen wir? Bestimmt schaffen wir das, ne? Rote Bett wurde zerstört. Okay. Da ist doch einer, ne? Wollen wir sagen, was ihr willst. Ne? Ah, wie geil wäre das denn, wenn das jetzt klappen würde? Ja, scheiße. Nicht einen mitgekriegt, Mann. Schade, aber das Bett ist weg. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr schön. Da kommen sie nämlich und wollen Rache. Aber das gönnen wir denen nicht. Ist da was reingetan? Nein, da ist auch nichts drin. Schade. Okay. Ein Bett zerstört. Das ist doch schon mal was. Da brauchen wir uns für den schon mal keine Sorgen mehr zu machen, ne? Vor den Kollegen da nebenan. Nur mehr als Rache wollen die wahrscheinlich nicht haben, ne? Gehe ich mal von aus, dass die nur Rache haben wollen. Apropos, wenn es euch gefällt, Leute, dann lasst auf jeden Fall eine klitzekleine Bewertung da. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr noch mehr Folgen sehen wollt. Das wäre eine sehr schöne Sache. Ey, Feuerball auf jeden Fall. Goldafelsnack ich mir. Und dann Blöcke. Okidoki. Dann können wir noch in Weiß rüber steppen. Wurden das unser Bild in Gefahr. Dann bauen wir das ein. Können wir natürlich erst machen sollen. Dann den Stein da drunter. Ach, wir haben die ja final gekillt. Stimmt ja. Dann kommt ja von da gar keiner mehr. Können wir uns ja so richtig sneaky an Weiß ran machen, ne? Mal versuchen, ob wir uns von hinten an Weiß ran schlagen können. Bestimmt, ne? Bestimmt geht das, ne? Und so sneaky an Weiß ran sneaken. Leute, probieren wir mal ganz andere Taktiken aus. Einfach mal an Weiß ran pirschen. Vielleicht kriegen die das nicht mit. Ich vermute zwar schon, aber egal. Wenn ich halt hier runtergekegelt, ist ja egal. Ach, der hat sich erst raus der Welt fallen lassen, ne? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, wusste ich's doch. Ich hab's doch gewusst, dass er das extra gemacht hat jetzt. Ja, ja, weiß. Ja, ja. Ach du Scheiße, was macht er denn hier? Was wird das denn? Korogorogor. Das sehen wir ja gar nicht mehr, wenn Feinde kommen oder so. Macht er mit dem Gold was? Ja, das Gold snackt er sich, ne? Natürlich nicht sehr gut, ne? Das hat Weiß und Soffen Kieker. Ich baue mich mal eben hier rüber. Ich habe keine Blöcke. Ich sollte mir Blöcke mitnehmen. Wir greifen uns ja jetzt an. Du süßer kleiner Fratz. Na, warte. Oh! Voll dran gekriegt, würde ich mal sagen. Voll dran gekriegt. So. Komm, gib mir noch zwei Gold und dann ist die Sache doch schön. Und Töfte. Ah, okay. Ja, dann mach du mal. Du machst halt schon. Ich geh weiter sammeln hier, damit wir mal bessere Rüstung und so kriegen. Da ist doch die, die, bin ich denn komplett Bulli. Wir müssten doch jetzt, Gott weiß, wie viele Dias liegen. Eigentlich schon, ne? Ganz viele Dias müssten ja schon liegen, ne? So theoretisch gesehen. Warum habe ich das denn nicht früher gesehen? Mann, weil von der Seite aus ja überhaupt noch keine Bedrohung erlauert. Komm, gib mir die Dias. Ah, vier. Schönes Ding. Einfach hier runter, ja, ne? Bats, scheiß auf den Damage. Dann in Dauerhaftes Eisenschwert. Und hier. Geschäfte Schwerter. Okay. Theoretisch kann ich da jetzt einen Traumverteidiger holen, ne? First zu mir. Okay. Okay. Traumverteidiger haben wir. So. Okay. Sagen wir noch weiter researchen. Ich hab doch schon eins. Das war nett, aber ich hab schon eins. Pack sie in die Kiste. Für schlechte Zeiten, ne? Ja, das glaube ich ganz gut. Ich fahre mir in der Zeit hier einfach mal. Ich glaube, ich cutte das für euch einfach mal eben raus. Hä? Was ist da los? Wer will da was? Muss ich dem helfen gehen? Bestimmt, ne? Heieiei. Oder was macht er jetzt da? Gehört er zu uns? Ja, ne? Ja, klar. Das ist unser Kollege. Hätte ich schlau noch nebenan zu gehen und die Researchen da zu angeln, ne? Da hätte ich auch drauf kommen können, theoretisch gesehen. Können wir uns jetzt noch einen Traumverteidiger leisten, ne? Theoretisch gesehen, ne? Feuerball, Feuerball. Dann noch ganz viele Blöcke, ne? Okay. So. Können wir uns jetzt die Eisenrüstung leisten? Ja. Gut. Gut, gut. Soll ich mich weiter zu Gelb-Weiß-Rumersneaken? Ist das eine Idee? Die wissen ja jetzt Bescheid, ne? Natürlich doof jetzt, ne? Die jetzt Bescheid wissen, ne? Hm. Schwierige Sache, Leute. Schwierige, schwierige Sache. Ähm. 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 Der gehört doch nicht zu uns, oder? Doch. Akula ist mein... Hm. Da haben wir schon noch ein paar Feuerbälle. Nee, Feuerball mal schauen. So. Wollen wir uns mal weiter rüber sneaken? Ja, das machen wir jetzt, ne? Ja, genau. Das ist eine Idee. Sneaken wir uns ein bisschen weiter rüber. Ah, die sehen mich nicht, ne? Nein. Gut. Bitte seht mich nicht, Leute. Ich muss einfach mal hier so... Sneaky, pieaky, langsneaken. Ganz unauffällig, nicht doch mal sein. Unauffällig und unauffällig sneake ich mich hier lang. Nein, du siehst mich nicht. Hm, hm. Sneak mich da schon ran. Ja, das Problem ist, wenn die jetzt so einen Feuerball werfen. Die ist natürlich gelaufen für mich, ne? Natürlich der doofe, ne? Wollen wir aufpassen, dass das nicht passiert. Ne? Ich habe mich jetzt gesehen. Das muss denen doch auffallen. Jetzt ziehe ich mich hier so rüber, Sneak. Hm, klar. Der hat mich gesehen. Da wirft jetzt gleich einen Feuerball und schnell zieht mich weg. Come on, das muss denen doch auffallen. Ne? So theoretisch gesehen, dass hier so eine Wand entsteht. Das müssen die doch merken. Kann die das echt nicht merken? Die Dull. Machen wir mal so. Scheiße. Ich wusste es. Das war mir klar. Dass die mich entdecken. Scheiße. Das war zu erwarten. Oh, ouch. Das tat weh. Ha. Okay. Was können wir denn jetzt noch hier reißen? Die sehen uns die ganze Zeit kommen. Und das ist halt das doofe. Ich sollte meinem Teammate einfach mal helfen, ne? Die machen wir mal ein paar Dias snacken. Kann ja nicht schaden, ne? Fünf. Okay. Dann würdest du mich ja abschießen, oder was? Sonst geht es dir gut? Börst du jetzt zu mir? Ja, du gehst zu mir. Okay. Okay, du okay. Kann man jetzt mit Dias kaufen? Ist freigeschaltet. Beim Verbesserungstypen kann man was kaufen, ne? Ein Dias fehlt mir noch dafür. Für noch ein bisschen bessere Rüstung. Ich renne einfach. Egal. Alles oder nichts. Alles oder nichts. Hilf mal noch ein bisschen. Dann trifft der mich vielleicht noch mal weniger. Siehst du, der trifft mich nämlich nicht. Das ist nämlich Töfter. Verbesserungshändler. Nochmal bessere. Abbaulähmungsfalle. Okay. Nein, keine Tränke. Vielleicht nochmal ein Traumverteiliger? Was war das? Ah, du bist das. Okay. Da kommen welche. Oder? Ja, klar. Das nicken sich welche an. Natürlich. Huiiii. Ja, und jetzt? Und jetzt? Hä? Wer bist du? Scheiße, baust du mal wieder. Warte mal ab, bis ich einen Bogen hab. Hä? Wer ist denn da? Hä? Oben. Ah, du bist mein Mate. Okay. Mann! Apfel auf jeden Fall mal rein snacken. Dann noch ein Eisenschwert kaufen. Ich hab grad den Goldapfel gegessen. Hä? Warum nimmt der denn den jetzt nicht? Jetzt. Okay. Warte mal, kann ich nicht alle kaufen für einen Smaragd? Nein, kann ich nicht. Schade. Packen wir den Smaragd da rein. Kaufen uns nochmal einen Traumverteiliger. Okay. Und Blöcke brauchen wir natürlich auch, ne? Blöcke. Okidoki. Da reinpacken wir den Traumverteiliger, ne? Ja. Oh. Ups. Ups. Das war jetzt natürlich nicht so gut. Hihi. Scheiße. Das war dumm. Felix. Kann auch da mal eben nach dir snacken gehen, ne? Uiuiuiuiuiui. Wir laufen hier nur lang und keiner schießt es uns ab. Gut, 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 gut. Hör ma mal ein Mate, wir müssen aber langsam auch mal in die Offensive gehen, ne? Sonst wittert hier nichts. So, wann können wir uns denn hier kaufen? Haben wir schon. Das noch? Stimmt, hier. Verbesserungsmensch. Haben wir schon. Wir haben ein paar Fallen gekauft. Okay, da ist nur der eine Smaragd drin. Der bringt uns nichts. Okay, Feuerball. Und das war's. Wir packen die auch da rein. Wo denn? Wo ist denn einer, hä? Da kommt einer, hä? Na komm. Scheiße, auch noch voll dran vorbei gehämmert. Mist. Da war ein Bogen. Lol. Ohne mich? Lol. Dann auch ein Bogen. Lol. Langsam müssen wir hier echt mal reinhauen, hä? Jetzt sind wir ja morgen früh noch dran. Und ein Feuerball. Okay, das mein Mate. Good to know. That's good to know. Komm. Trau dich ruhig hierhin, Kollege. Trau dich ruhig hierhin. Komm, Kollege. Trau dich mal. Weiß rüber, Sneaken bringt nichts, ne? Das nickt sich doch gerade einer an. Komm, stirb. Geh kaputt. Mann. Scheiße. Ist er denn? Ich bin's nicht, hä? Wo ist er hin? Mann. Okay, das Geile ist echt einfach, dass unser Bett so gut geschützt ist, ne? Jetzt wären wir schon längst gestorben. Ist wahrscheinlich. Würde ich mal meinen. Komm. Reisen schon. Reisen nur noch für ein, für ein, für ein Ding an. Für ein Eisenschwert eben. Holzschwert ist zwar schick, aber bringt jetzt nichts mehr gegen Gegners. Ja, Eisenschwert. Schade, dass das nicht dauerhaft ist. Das wär schön. Ah, du bist mein Mate. Ah, du hast Dias gesammelt. Okay. Das ist natürlich nice. Komm, scheiß drauf. Ich hab hier nichts zu verlieren im Moment. Kein Dias, nichts dabei. Ich hab keine Blöcke mehr. Bin ich denn komplett dumm? Bin ich komplett dumm, Alter? Kann doch nicht sein. Kann doch nicht ohne Blöcke einfach gehen. Na, du, 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 du. Oh, Blöcke, Blöcke, da haben wir Blöcke. Okay. Das heißt, wir sneaken uns hier rüber. Ei, 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 scheiße. Okay. Okay. Haben wir. War die vorherige Runde schon besser? Oh, Mann. Was haben wir denn für Mates? Ey, kann doch nicht sein, Mann. Das ist so lange da. Soll ich mir jetzt einfach mal dazu den Smaragd rüberbauen? Komm, wir machen scheiß drauf, ey. Ich mein, das sind welche, ne? Da kommen die schon wieder an. Ähm, wir sammeln da fleißig weiter. Okay. Das heißt, ich kann, kann ich nicht. Da kommt nämlich einer. Scheiße. Ich könnte einen Feuerball kaufen. Gib mir das Eisen. Ja, Feini. Feierball. Kriege ich nämlich den, der dann gerade ankommt. Eleganterweise. Oder auch nicht. Wie soll der denn hin? Er ist weg. Okay. Hatte ich auch eine Idee. Oh, ja, ja. Ist das gefährlich hier, Mann. Kannst du doch nicht. Machen hier. Ich weiß, hochbauen wäre jetzt definitiv schneller gewesen. Ich weiß nicht, es ist gerade Wumpel. Oh Gott, ist das gefährlich hier überall, ey. Dude. Ist doch bestimmt den ganzen auf dem Kran jetzt, ne? Ja. Oh, ja. Haben wir schon Eisenschwerbogen, Feine. Okay. Okay, okidoki. Haben wir das. Könnten wir theoretisch hier rüberstecken. Oh. Ich treffe natürlich keinen Sack hier. Naja. Zu erwarten. Komm. Passt mal Rack, der wäre doch ganz nice. Was ist denn da schon wieder los, Mann? Ich bin auf dem Weg, mein Mate. Oder nicht, weil hier alles scheiße ist. Ja, scheiße. Was hat denn passiert? Ah, ja. Natürlich keine Chance mehr jetzt, ne? Ja, Mist, Mist, Mist. Da. Da wird sich gekloppt. Gut gemacht, Kollege. Gut gemacht. Dürfen wir noch nicht mehr so auskant sein, ne? Zumindest das ich auf jeden Fall, nicht? Ich will jetzt nicht sterben. Nimm sie. Nimm sie alle. Nimm sie mit. Lass dich bitte nicht töten, ja? Da sind noch zwei. Yay. Da sind noch zwei. Ein paar Pfeile, ne? So, Pfeile. Ich will nochmal Dias snacken. Ja, wenigstens stand da nicht, dass ich runtergefallen bin. Da. Ich wurde von Termi 1-9 zerstört. Runtergeworfen. Haben die denn mit ihren Burgen bauen? Seht ihr das? Da ist eine schwarze Burg. Da ist eine blaue Burg. Lol. Wo sind wir? Wo ist mein Mate? Oh, scheiße. Er ist natürlich ganz alleine, ne? Kollege, das schaffst du schon. Bitte. Ich glaube an dich. Gucken wir uns nochmal eben an, wie das ausgeht. Ob Bett zerstört in... Oh, die Betten werden eh gleich zerstört, ne? Krass. Da ist er. Kollege, pass gut auf, was du jetzt machst, ne? Ach, die kämpfen gegeneinander. Ach, dann kann er sich ja... Das sind gar keine Team. Kann er sich ja gut da... Hast du jetzt nur diesen einen Block dabei gehabt? Dein Ernst? Machst du den? Geh doch da rein. Oder sind die doch zusammen? Ne, das sind Kollegen, die beiden. Na klar, scheiße. Jetzt kannst du ihn super abschießen, komm. Jetzt ist er wieder weg. Lange durchgehalten und doch verrückt. Weiß ist so, wir hätten direkt zu weiß rüber gehen sollen. Weiß hat nämlich noch ein Bild. Ah, weiß ist gerade am... Am, 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 am. Runterfall? Leute, wo ist denn mein Teammate hier wieder? Hm, wie wird's wohl ausgehen? Meint ihr, der hat noch eine Chance? Schreib's gerne in die Kommentare. Ja, einer ist weg. Zwei, beide sind runtergefallen, geil. Geil. Ist der krass. Cola 78544853. Wenn du das Video sehen solltest, Grüße gehen auf jeden Fall raus. Na, ich ja so eleganter runtergefallen bin. Ist nicht gut, ist nicht gut, ist nicht gut, was ich da gemacht habe. Kann ich irgendwie eine Inspektzuschaueroption? Ne, will ich nicht. Ich könnte ihm denn seine Eko, ne? Aber mach jetzt auch nicht drauf. Ich würde so gerne helfen. Guck mal, was hier alles liegt. Ich kann nicht. Ich hatte so viel... Mann, komm, du schaffst das. Ey, wenn der jetzt noch gewinnt, ne? Oh. Wenn der jetzt noch gewinnt, das wäre richtig geil. Da hab ich auch schon mal dran gedacht. Aber, dann sieht Weiß das. Okay. Er trifft nicht. Das ist natürlich nice. Der Kollege, der kommt... Ah, der weiß... Weiß ja, dass unser Bett schon abgebaut ist. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Dreh dich um. Komm, dreh dich um. Nein. Hä? Oh, der springt hinterher. Alle drei. Lol. Krass. So, ich würde sagen, das war's mit der Folge Bad Wars. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Ich hoffe, euch hat dieses Schauspiel gefallen. Ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.